hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von pixelmon let's play ja ich habe tag gemacht gerade und wie man sieht sind jetzt deutlich mehr pixelmon unterwegs beim winguls und carpador jetzt momentan weil ich es nach oben gestellt habe, weil es doch ein bisschen zu wenig war man hatte recht gut suchen müssen ja also ja sind einfach zu wenig unterschiedliche zu wenig tolle pokémon erschienen und im standard ist das wirklich sehr gering aber das habe ich jetzt gemacht wir sind noch ein bisschen auf erkundung noch ein bisschen an pokémon jahren wenn regionen finden und irgendwelche schätze jo da haben wir wieder so ein gigantomax was bist du bist einfach ein nix ja solange ich nicht weiß was das ist mache ich mal das nicht kaputt aha okay ein vogel ein vogel mit einer zipfelmütze kann ich glaube ich noch nicht weiß es nicht ich weiß nichts ah die weiterentwicklung von staralie okay und hier ist ein klunket oh jo dankeschön dass das projekt so beliebt ist wirklich toll ich weiß es tun wenig live streamen oder let's playen momentan jo das andere das voxel mod ist momentan ein bisschen beliebter aber scheinbar noch nicht so weit also mich motiviert der andere mod jetzt noch nicht so sehr ich weiß nicht was ich überhaupt machen soll dort ich habe ihn schon mehrmals angespäht aber ja man weiß einfach nicht was man machen muss also pokémon trainieren auf level 100 machen und mehr nicht hier in pixelmon kannst du wenigstens noch im arena leiten und alles herausfordern und so weiter sehr schön bauen viele sachen viele items so was habe ich hier noch bekommen wir müssen langsam wieder zurück gehen wir haben zu viel zeugs dabei licht lehnen okay was ist das licht lehnen okay also wir machen jetzt mal hier mal gebirge so und gehen wir kurz zurück laden alles aus weil wir haben halt ständig das inventar voll bei so vielen items so abikokos muss ich halt schauen ich tue es jetzt erst mal hier rein aber hier runter so also dann sind wir wieder relativ aufgerüstet aufgeräumt und können wieder ins gebirge so also da haben wir noch ein mädchen wir haben die melone aufgesammelt ja blommel ist ja wirklich ein pokémon das ich eigentlich irgendwie trainieren möchte aber irgendwie noch nicht so schnell karpator du hast doch irgendwelche ich wusste das karpator wirklich nicht zu lernen kann ja gut dann wird erst mal level 20 noch fenster kommen nach ja sambo und gut okay ziemlich stark boah ist er mega stark naja genau noch das lieblings pokémon eigentlich das lieblings pokémon wo ist es bl域ig ist �te eiszahn rollentausch trickbetrug ladestrahl lohekanonaden oh Boah, manche Attacken sind schon heftigst. Okay, also 150 Stärke mit, glaube ich, nachher aufladen oder so. Also eine Runde aussetzen. Schon ziemlich heftig. Jo. Also, ja genau, wir nehmen eine Esel-Ampulie. Ja, wenn es nicht so mega comichaft wäre. Ja, ich habe hier den Pokémon ja ziemlich, aber das ist ja schon extrem, oder? Würde es eigentlich nehmen... Oh ja, das hier. Mehicle aus Level 19, schade. Hm, müssen wir noch ein bisschen trainieren. Kann ich mit einem Pflanzen-Pokémon antreten? Okay, nein, das ist ein Vorte. Gelbe habe ich. Boah, ich liebe dieses Laub. Meine Güte. Nochmals ein Eisberg-Biom. Wow. Ja, es ist ziemlich geil hier. Okay, ich dachte schon an Mangrovenwald, aber nein. Ich weiss nicht, wenn ich an Mangroven denke, dann denke ich nie das Wort. Ich sage es einfach aus, ohne zu denken. Du kannst einfach nicht aussagen. Das ist ein schweres Wort für Schweizer. Für armer Schweizer. Ach, übrigens, jetzt muss ich kurz nachdenken. Ähm, ja, es passt jetzt nicht so, aber, ähm, wir haben in der Schweiz so eine Art, äh, was ist das? Das ist Covid, ein Eichhörnchen, okay. Das könnte ich auch fangen. Komm. Wir haben in der Schweiz so eine Art System, wo, ähm, wo man irgendwelche Sprachfehler oder so akzeptiert. Wir sagen einfach ständig immer wieder, ja, es ist einfach ein Dialekt. Also wenn ihr irgendwie Mangroven nicht aussagen könnt, nach, äh, also, ja, weil ihr es schon lange nicht mehr gesagt habt oder so, da ich einfach nicht mehr ganz ans Wort erinnert, dann ist es für die Schweizer nie schlimm. Es ist einfach, äh, ja, okay, ich muss in die Box schauen. Also wir müssen eine PC-Box machen, äh, äh, ja, craften. Genau, das ist jetzt zum Beispiel Schweizerdeutsch gewesen. Und, ähm, jo, ist natürlich, ähm, für uns einfach so ein bisschen, wir sind einfach flexibler, oder? Ich denke nicht herum, weil jemand irgendwie Probleme hat. Also ein Transfer-Tutor macht auch irgendwelche Attacken. Aber bei dem muss man das ersetzen. Dann muss man eine andere Attacken. Ja, muss man sowieso, wenn man vier hat. Das ist ein ganz kleines Mehekel. Und hier, du bist Geronimots, der tönt so gut. Ich weiß nicht, ob ich den überhaupt kenne, also, ich kenne ein paar Adler-Pokémon, aber ich glaube den nicht. Wenn es überhaupt ein paar gibt. Aber Adler, habe ich so das Gefühl, wollen die Entwickler natürlich schon ein bisschen öfters bringen. Also öfters nicht, aber sind halt majestätisch und, jo. Oh, ich weiß jetzt gerade gar keinen Ahnung, der ist Adler-Pokémon. Eher so wie Ibitak, der ist halt eher so wie eine Fisch-Reihe. Nein. Ja, okay, er hat einen langen Hals, könnte schon eine Fisch-Reihe sein. Also, ich weiß gar nicht, was Ibitak ist. Warum Ibitak, oder Tak? Hm. Ne, es gibt, glaube ich, in der zweiten Gen doch dieses eine Adler-Pokémon. Ist es überhaupt in der zweiten Gen, aber... Boah, es ist so schwierig, so zu erinnern nach 20 Jahren. Nach mehr als 20 Jahren. Nach 24 Jahren ungefähr. Boah, ist das, glaube ich, 23 Jahre, die Silber, also die Goldversion, die ich gespielt habe. Oh. Was ist das für eine Farbe hier? Pink, okay, ja. Also, ich habe mich schon ein bisschen umgeschaut hier bei diesen Türmen. Ist ja mega cool. Ah, wir haben die Pokémon-Liga. Was ist das für eine Stadt, zwei Türme zu haben? Ding, ähm, Berlin hat nicht mal zwei Türme. Hm. Basel hat nicht mal einen Turm. Okay, den Messeturm, aber das ist kein richtiger Turm. Das ist sozusagen, ja. Öst-Bar-Rouge, also eine Bar dort oben. Und so. Das ist, ja, eher... Ist das auch wieder eine Wasserstadt? Aha. Drei Türme! Boah. Nächste Wasserstadt, ja. Krass. Okay, geil. Aber die will ich jetzt nicht unbedingt erkunden. Sorry, ich bin ein bisschen gelangweilt vom, vom Item sammeln. Hm. Will ich mal kurz schauen, ob wir irgendwas noch gesehen haben. Ähm, da haben wir ja auch noch eine Stadt übersehen. Das ist eigentlich gerade im Gebirge gewesen. Das ist dann eher vom Wegpunkt, okay. Jo, wir gehen jetzt nach Osten, hä? Also, ähm, ja, okay, die Pokémon sind alle wieder fit. Ich habe gar nicht geheilt. Das ist einfach mit der Zeit, haben die sich regeneriert scheinbar. Okay, wir haben nämlich ja alle verloren. Jo, kann mal passieren bei so einem Pokémon-Trainer. Ja, der schwierigste Käfer-Trainer, den es gab, den ich je gesehen habe. Hm. Ich finde die Bäume so majestätisch, ja. Hat das einen Grund, wieso die so groß sind? Ja, vielleicht einfach, weil sie einzeln sind im Gebirge. Jo. Ich wollte ja mit euch ja so bauen, dass ich ein paar Elemente zeige. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich möchte, ja, so eine Art, ich kenne vielleicht so die spanischen Villen da mit den Innerhöfen, oder so eine römische Villa bauen. So extremst, ähm, wie heißt das Wort, exquisolent? Ja. Einfach so richtig, auch nobel zu wohnen. Aber dafür müssen wir halt einfach Regionen finden, wo wir wirklich gut farmen können. Und dann die Rohstoffe natürlich schön farmen. Ähm, ich bin ja jetzt nach Osten unterwegs, ja, Nordosten. Ähm, ich gehe jetzt immer mal nach Osten. Und irgendwo können wir dann... Da hat ein Saphir da oben drauf. Oh nein, so ein... Okay. Das ist eher so ein Glüt-Glut-Berg. Kokol. Oh, das ist nicht die Weiterentwicklung wahrscheinlich. Jo. Boah, da oben ist irgendwas Großes. Ah, das kenne ich. Panzerährung. Oh, dass ich das noch weiß. Gut, wir wollen noch ein bisschen in der Nacht aktiv sein. Ich will nicht wissen, was hier sonst noch spawnt in der Nacht. Das ist ein Kleinstein. Ich meine, ich mochte nie so Pokémon entwickeln. Also, wisst ihr, ich habe ja... Ähm... Ich glaube, blau und gelb, aber dann später bei Feuerrot und Blattgrün nochmals durchgespielt, weil ich Pokémon auch für Kristall-Version brauchte. Und Feuerrot und Blattgrün konnte man nicht auf, ja, Gold, Silber und Kristall-Version, ähm, ja, verschieben. Also habe ich gelb und blau nochmals durchgezockt und alle Pokémon dann rübergetauscht, damit ich auf Kristall alle Pokémon hatte. Weil ich war irgendwie, ja, einfach wieder lieber Kristall-Fan. Das hatte ich damals bei Release gekauft. Aber konnte nie viel spielen, weil dann irgendwann mal, ja, Rubin und Saffi rauskamen und ich gar nicht so viel Zeit hatte zum Pokémon-Zocken. Ich war ja meistens am PC. Zum Beispiel am Dungeon-Siege-Zocken, das hat fast niemand gezockt. Aber ich habe es gerne gezockt. Das haben halt alle meine Kollegen irgendwie Diablo 2, ja, gezockt. Und ich habe Dungeon-Siege manchmal auch gezockt. Jo. Und Age of Empires 2 haben wir immer viel gezockt. Genau. Und da hat man halt einfach nicht so viel Zeit gehabt und bin einfach nicht so weit gekommen. Da dachte ich mir, ja, weil man dort auch ziemlich viele Pokémon fangen kann und riesige Regionen sind und so, habe ich einfach die alten Versionen nochmals gezockt. Und das meistens auf dem Super Gameboy. Das ist ein Adapter für den Super, nein, für den Nintendo 64. Und wo man einfach nicht Gameboy-Spiele zocken konnte. Ja, der Rest brauche ich eigentlich nicht. Die Sachen immer mitnehmen in diesem Mod, weil man die nicht so aktiv bei Monster farmen kann. Dieser Monster-Loot. Eine Spezialität. Okay, nur in einem Laden kaufen. Sehr gut. Brot haben wir genügend. Haben wir Kürbiskerne? Ich nehme die mal mit. Oh, Pokébälle wieder. Weil wir die nicht brauchen. So glatte Steine nehme ich gerne mal mit. Schwarze Tafel natürlich auch. Blanch den Azur-Stein. Ja, da muss ich zuerst wissen, was man daraus machen kann. Okay. Jo. Zu viel aber nicht mitnehmen, bitte. Winsterball, sehr gut. Also wir lassen mal das Looting jetzt erstmal. Eno-Kosmite. Ist das nicht Eno-Koro ein Pokémon, das? Ja, Rosa ist ein Hund. Oder so. Okay, dort haben wir wieder eine Apikoko. Hm. Okay, das ist eine Arena, da gehen wir lieber nicht rein. Ja, sollen wir mal herunterspringen? Ausdach. Aua. Gut, also ähm. Ja komm, wir schlafen jetzt erstmal kurz. So. Hier haben wir wenig Pokémon. Ich glaube, diese Baum haben wir schon. Okay, ja, ich bin auf dem Land. So. Oh, vielleicht sollte ich die nicht so abbauen. Ach komm. Ja, es gibt keine. Ah, da müsste man immer die Blüten abernten. Dann nehmen wir einfach eine Aprikobere. Keine Apikokobere, sondern eine Aprikobere. Da war jemand wieder auch sehr. Also ich will mal kurz schauen. Haben wir hier ein PC? Nein. Ich möchte aber irgendwie... Ah, wir haben ein bisschen Geld. Wieso haben wir ein bisschen Geld? Haben wir einen Trainer besiegt schon? Und wie habe ich das gelb bekommen? Ja, es ist ein PC hier. Sehr gut. Also ich will ins Covet mal kurz ein bisschen trainieren. Backen stopp. Oh, Verteidigung stark erhöhen. SP-Verteidigung, Initiative. Also den möchte ich eigentlich gerne mitnehmen. Aber ich habe irgendwie keinen Platz. Also Marib möchte ich unbedingt. Ich möchte... Hm. Ist jetzt gerade ein bisschen schwer, weil ich alle irgendwie trainieren will. Volley würde ich ja schon gerne noch trainieren. Hm. Oh, es ist schlecht gerollt. Weil ich denke, es greift physisch an. Okay, ich, 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 ich... So, einfach just for fun würde ich es trainieren. Ähm, ich möchte noch kurz die... Ah, das ist ein bisschen bildlich stören. Äh, Schwäche, Schutz. Also ich nehme, ähm... Das eigentlich interessiert mich Wampel. Weil ich das noch nicht kenne, nehme ich das mit. So, und dann müssen wir mal kurz... Äh... Dorf... Äh, wie heißt das Biom? Ähm, ähm... Taiga, nein, Tundra. Nein, Taiga. So. Gut. Meine Güte. Ich, der immer so... Die Namen sagt Tannenwald und... Bin ich gerade so... Der eine, der irgendwelche Wörter sagt, die irgendwie von Menschen, also so... Ja. Die haben ein bisschen blöder gesagt, aber... Äh... Jo, einfach wissenschaftlich sind. So, ähm... Ja, jetzt muss ich schauen, wo die... Bälle noch reinkommen. So, vorher... Also ich möchte gerne mal schauen, ob ich die pflanzen kann. So, dann mache ich da noch... Die Melone muss ich noch irgendwo pflanzen. Die mache ich am liebsten, am besten hier hin. Äh, wieso geht das nicht? Seit wann kann man Melonen nicht mehr zu Kerne machen? Hä? Nein? Ah, jetzt. Okay. Also Melonen kann man nie zu... Ich weiß es nicht mehr. Ich habe so lange nicht mehr so... Kerne gebraucht. Ich habe sie ja immer gefunden. So, also. Ja, war eine... Miss... Äh... Ah, wir haben ja auch noch Kürbiskerne. So, jetzt... Ähm... Haben wir die alle. Also. Ja, ist einfach so eine Art, äh... Falsche Erinnerung, sozusagen. Weil man die... Also Piapa-Bernes kann ich nicht mehr. Nein. Weil man es einfach schon lange nicht mehr gemacht hat, nicht mehr gebraucht hat. Minku. Also ich glaube, die haben wir noch nicht. Oh, Tamod, wie viel. Tamod immer noch. Das ist der... Und Spinberry. Sorry. Also dann, äh... Äh... Bräuchte ich Ei nochmal so ein bisschen mehr. Hier, die. Dann machen wir die ganz im Strand drüben, die zwei. So. Ah, die Kakteen sind fertig. Fertig gewachsen. Ähm, mach ich da mal ein bisschen weiter nach oben. So. Gut. Also. Wenn ihr so schön ausgewachsen seid. Aua. Meine Güte. Jedes Mal ist dieser Mod einfach nur katastrophal eingestellt. Er resettet sich einfach ständig. Meine Güte. Das heißt Customize. Ja, wow. Für jeden Block wahrscheinlich. Ein eigenes Setting. Also. Dann machen wir doch mal. Noch mehr Kakteen. Wir könnten so grüne Farbe ja gut gebrauchen. Für unsere Villa dann. Zum Beispiel das Käfer. Also ein Abteil. So aus Käferding. Wenn ich jetzt mal kurz schaue. Wir können ja so, ähm... Ja, dreieckig machen, die Villa. Gibt es eine dreieckige Villa schon? Gibt es hier eine dreieckige Villa, die so breit dreieckig ist? Wäre echt ziemlich cool. Und hier draussen dann so, so mega geile Strände. So mega abgehoben. Ja, ähm... Krebskorb macht nicht kaputt, gell? Das sind Melonensamen. Noch wachsen müssen. Was bist denn du? Was bist du? Bist ein Schleimer. Ich glaube, das ist eine Schnecke oder so etwas. Aber man weiss nie. Okay, davon haben wir genügend. Also, dann gehen wir wieder zurück. Ich will hier noch das Item einsammeln. Ja, die Steinsiegel. So, jetzt mal selber benutzen. Okay. Sind wir fertig. Jo, also, dann gehen wir mal weiter. Hey, du da. Ich hoffe es nicht, dass meine Lichter an ihren stehenden Ritualkreis stehen bleiben. Sie ruinieren mir meine Rituale. Okay. Du sahst nämlich schon sehr merkwürdig auffällig aus, he? Jetzt würdest du etwas vorhaben. Okay, das ist eine Forest Revenge. Okay. Also, diese Mod hat eigentlich nichts zu tun, weil wir keine Dorfboden spawnen, aber wir können eben mal ein paar spawnen und dann einfach so ein bisschen, jo, ein paar Handelsdingen machen. Eine, wie, was? Papiri-Beere. Okay. Die Papiri-Beere, die sind sehr fein. Die schmeckt nach Papiri. Boah. Nach rechts abbiegen. Da ist da noch ein Portal. Also, ich denke, jo, so langsam können wir wirklich ein paar Blöcke farmen dann. Ja, das ist der gleiche. Ja, go away. Die gleiche Form, NPC. So, ähm. Jo. Ich habe wieder ein bisschen übertrieben mit meinen Ideen zum Bauen, aber, ähm, ja, wir müssen jetzt auch die richtigen Blöcke... Oh, 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 wie Brallwiesel. Das eine möchte ich mindestens dann mal fangen. Ich habe übrigens die Pokémon-Levels wieder ein bisschen angepasst. Also, ich will jetzt nicht zu hoch kommen mit einem Pokémon, weil sonst sind auch ganz starke Pokémonen wieder unterwegs. ich will sie ein bisschen tief lassen also so, dass wir sie noch besiegen können aber sie sind nicht immer so also das ist auch im Galaxisversteck jo, schade aber immerhin noch was alter Helle ein Nugget, cool ja, schön nochmal so ein alter Helle krass ey, du hast ja gar keine Sachen hier oh, wo komme ich raus? ey lol der hat einfach keinen Eingang so ähm, genau dann müssten wir hier eigentlich auch einen Wegpunkt machen oder ihn einfach oben ja, sehr wichtig solche Mobs gut Silizien alte Helle nochmal so eine Plasmahose oh, schon wieder so viele Items cooles Versteck also, wenn wir das noch um Dorf Tiger und Galaxis Galaxis Versteck also coole Sachen ein Attacken ein Attacken Helfer ich will mal kurz schauen, was dieses neue Pokémon hier das ist eine andere Farbe ich dachte, diese seien so hellblau genau, das ist das neue Tackle wow ah, das sind die, die äh, schon verlernt sind ich dachte, Krakelo wäre so ehblau hm es könnte irgendwie einfach ein gefärbtes Pokémon sein scheinbar gibt es auch rosa-rote Pokémons ich tue es jetzt einfach noch nicht fangen weil es ja noch nicht kann gut und ähm, ja hoffen einfach, dass es wieder kommt okay, das Portal ist hier drüben so ja, da kommen wir jetzt nicht so gut hin so, jetzt hier auch schon wieder dunkel hm irgendwo hier ist das Portal oh wo boah hohoho geil also wir müssen uns erinnern solche schönen äh, Kerzenstände Macho Band ähm müssen wir auch in die Villa einbauen 1 zu 1 das müssen wir uns merken hä ok, hinter uns aber wir schauen uns kurz mal hier um ist das eine Arena oder so nein, das ist genau, das gibt es ja dort auch genau, aber nicht so groß also Kronleuchter ja, Kronleuchter ist schon geil könnte man auch zum Beispiel ein Vanille bauen auf dem Server oder so ja, es gibt noch ein paar Gebäude aber ich möchte einfach nicht mich so lange aufhalten müssen ständig einfach ein bisschen vorwärts noch machen wir haben noch nicht viel geschafft ah hier oh, schöner Baum also auch aufpassen dass wir nicht sterben hä ist hier keine Küste? hä wo ist das Portal überhaupt? ok ich könnte hier alles versuchen aber ja, ist ja nicht so nötig also, dann ähm gehen wir mal in den Sumpf genau jo, ok die Pokémon-Folge ist vorbei also, ja 30 Minuten sind erreicht wir machen in der nächsten Folge weiter war eine tolle Folge auch wenn nicht so viel passiert ist oh, ein Pilz ich will ein Pilz haben ja, ein Tarn Pokémon Tarn Pikmon sehr, sehr gutes sehr gute Name sehr sehr einfältig ja sehr schön ja, und ich mache jetzt erst mal Pause weil ich ein bisschen Mühe habe mit dem Reden in diesem blöden allergischen Zeugster und ja ich habe halt allergisches Asthma aber ja ganz sicher bald wieder eine Folge aufnehmen ich möchte auch weil ihr so gut schaut ein bisschen öfters dieses Projekt bringen und wenn irgendwas anderes euch gefällt dann unterstützt die anderen Projekte gell schreibt mir am besten Kommentare die sehe ich am besten immer wieder lese gerne eure Kommentare und ja wir sehen uns dann ja wenn wir hier weitergehen und den Sumpf erobern genau und gehen dann auch noch in dieses Dorf weil wir schon noch in der Nähe sind sehr gut wird noch ein bisschen aufgedeckt nein, nein zugedeckt hm also, danke schön und tschüss 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 Vielen Dank.